Hallo! Wir sind Lallelu A Cappella Company aus Hamburg. Wir sind wieder. Und wer von euch im Norden wohnt, der kennt vielleicht den Sender NDR Info. Und die haben eine ganz tolle Satiresendung, die heißt die Intensivstation. Da waren wir auch schon oft zu Gast und es läuft immer Montagabend um 21 Uhr. Aber auch am Tag haben die manchmal so kleine satirische Bröckchen. Und da kommt dann immer vorher oder nachher so ein kurzer A Cappella Jingle. Ja, das sind immer wir. Auch diese Anfangsmusik, das ist immer Lallelu. Genau. Und wir haben das, glaube ich, schon über 40 von produziert. Und jetzt auch gerade so eine neue Staffel, 10 Stück. Und die klingen dann zum Beispiel so. Oder so. Oder so. Das war schon sehr geil. Aber jetzt wollen wir mal sehen, wie wir das gemacht haben. Also wir haben ja verschiedene Jingles aufgenommen. Und da könnt ihr mal sehen, wie beknackt das teilweise ist. Absurd. Absurd teilweise. Wie sich das zusammensetzt. Guck mal, wir gehen einfach mal, wir switchen mal ins Studio rüber. Hintensivstation Intensivstation 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 Das klang in der Tat komisch, aber so klingt es dann richtig. Hey, hey, moin moin. Tschüss.